Du hast ihm das Messer reingehaut, stimmt's? Ist alles in Ordnung bei Ihnen? Komm her, gib Papier. Nein, bitte nicht. Bist du da sicher? Das sollte doch nur ein Scherf sein. Unser Sohn wird einen tollen Vater und eine liebe Mutter. Und wir geben ihm alles, was er im Leben braucht. Ihm? Ihm! Er hat bereits entschieden, dass es ein Junge wird. Bei so einem tollen Kerl wie mir kann es nur ein Junge werden. Wenn es ein Mädchen gibt, soll sie eine Tänzerin werden. Das hat mir gerade noch gefehlt, zwei wilde Frauen. Meine Gäste, bitte gehen Sie. Presse, Alter, oder glaubst du, dass wir dies wieder zermäßig sind? Ich habe das Ballon da unten. Ich sehe genau, was du willst. Jetzt reicht es. Verlassen Sie mein Restaurant. Ich werde nicht kämpfen. Ich spiele dich hier nicht so auf. Na los, Alter, wirf uns raus. Ja! Du musst ihm helfen. Dann wollen wir mal abwackeln, Leute. Entschuldigt, bitte, Leute. Wir entschuldigen gar nichts, Mr. Cork. Es sind ja nur drei Typen. Wissen Sie, Sie haben diese Skinheads einfach falsch angefasst. Das sollte keine Beleidigung sein, Leute. Was zum Teufel bist du denn für ein Arschloch? Aber ein Ellenbogen ist effektiver. Sag mal, spinnst du! So, Fratja. Also, ich finde das Essen hier großartig. Und ich werde wiederkommen, Mr. Cork. Schmeckt's dir? Ich höre nichts. Ja, es ist toll. Dann wirst du jetzt zahlen und verschwinden, klar? Danke sehr. Als er aufstand, sagte er doch, er würde nicht kämpfen. Habe ich auch nicht. Das war nur ein Motivationsseminar.